Wilde Frisuren, ulkige Kostüme und zuckersüße Momente, die Heidi Klum hier zu Ehren von Mama Erna in den sozialen Medien teilt. Die Grand Dame des Klum-Clans feiert ihren 77. Geburtstag. Als Geschenk packt Heidi einige alte Schnappschüsse aus ihrer Kindheit und Jugend aus, die sie an der Seite ihrer stolzen Mutter zeigen. Und die zaubern uns ein breites Lächeln aufs Gesicht. Besonders lustig, auf einigen der Familien Schnappschüsse rocken sowohl Heidi als auch Erna wilde Lockenmähen, Fukuhilas und coole 80er-Jahre-Outfits. Ein Bild zeigt das Topmodel im Kindesalter, samt Pony-Frisur auf einem Schlitten. Ein anderes macht den Anschein, als wäre das Mutter-Tochter-Gespann gemeinsam auf dem Karneval. Beide tragen hier wilde Perücken in grün und blau. Ein visueller Volltreffer. Solch private Aufnahmen aus der Zeit vor dem Karrierestart der GNTM-Jurorin haben wir bislang selten zu Gesicht bekommen. Als wären diese amüsanten Schnappschüsse noch nicht genug, gratuliert auch Enkelin Leni ihrer Oma mit zwei berührenden Aufnahmen auf Instagram. Auf dem einen sitzt die heute 16-Jährige im Kinderwagen und blickt noch etwas für Wirt rein. Daneben posiert Erna mit breitem Strahlegrinsen. Auf dem anderen ist Leni schon ein paar Jährchen älter und schmiegt sich eng an ihre Großmutter. Mit cooler Sonnenbrille, Leo-Oberteil und rotem Hut scheint sie schon früh in die Fußstapfen ihrer modeaffinen Mutter zu treten. Die Klum-Girls sind eben unverwechselbar.